Wer sollte hören? Hey, hallo! Na, wie du? Ich mach nur Spaß! Hast du inzwischen die Medic-Gun freigeschaltet? Nee. Ich schon mal nach. Ja, hab ich. Dann spiel Medic bitte. Und was soll ich da zuspielen? Was weiß ich? Einen Taser. Manche sind nur Schrottwaffen. Gib mir mal eine ordentliche Bumme. Ich brauch aber beide. Oh, schade. Na, geb ich dir auch eine... Ah, ne, kann ich nicht. Weil die Sniper ist wichtig. Damit kannst du halt durch Türen schießen. Der Laser ist kacke. Ich hab keine. Äh, ich würd jetzt nicht unbedingt mit so ner Knarre rumlaufen. Nimm dir lieber irgendwas effektives. Hm, Sperrfeuer. Man, ich hab nur so ne Schrottknarre hier. Oder... Wie sind denn die hier? Dann nimm halt die, ja. Die machen aber wenig Schaden. Und spar die Munni damit. Lass dich einfach vorlaufen. Und spar deine eigene Munni. Okay, da ist die Bombe. Wir brauchen das Schadensystem, um das Ding in die Nette zu holen. Und erinnern, verlieren diese Kampf ist nicht eine Option. Und wir werden das Wasser rein sterilisieren. Und es ist ein Bärmolekül. Aua. Äh, ja. Mann, diese scheiß Viecher, ey. Wir können's eigentlich eh vergessen, weil mir da wieder keiner Rückendeckung geben kann. Ja, stirb einfach. Du kannst doch... Du kannst doch ne Umfrage für... Neustart machen. Ich weiß. Koordinieren Sie die Bewegung und Schusslinie in Ihrer Einheit. Äh, pff. Und stell jetzt mal die Schwierigkeit runter aufs Normal. Ich will das hier heute noch schaffen. Ach, wollten wir das nicht bis morgen spielen. Ach, schade. Wie geht denn das? Was ist das? Äh, da. Phil, bist du fertig? Ich bin noch auf dem Ladebildschirm. Achso. Okay, du bist hier, boss. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, da ist noch eine andere! Joom 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 Alright, da ist die Bombe! Du musst den Bremsen benutzen, um das Ding in die Nähe. Und remember, verlieren dieses Kampf ist nicht eine Option. Wir werden diese Waffe sterilisieren. Das ist die Bohm-Bere-Molekule. Wollt! 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 Hier war ein Funktionen-Scheißer. Marvin! Ich hab heute eigentlich ein Medikid. Tja, gut. Funktion ist hier auch. Oh, ein Flammenwerfer. Störp nicht! Das tue ich doch nicht. Mach das Ding auf! Kettenwege ist das am besten, aber die habe ich leider nicht. Wenn wir das Level jetzt nicht schaffen, dann weiß ich nicht. Du hast auf normal gestellt, oder? Jetzt ja oder nein? Leicht! Na wie denn? Aua, siehst du, ich verrecke schon auf Leicht! Ich sterbe schon auf Leicht! Heil dich doch! Heil dich! Hab ich nicht! Achso! Oh! Wieder weg! Ich hab ja so ne Waffe! Ja, ach was! Das sag ich doch! Ja, ach was! Okay, ich hab keine Schüsse. Wir waren bereit. Gut, komm her! Dann leg sie weg! Und nimm die! Los, nimm die Waffe bevor wir in die Luft fliegen! Nein, die ist weggeflogen! Ja, die ist weggeflogen! Ja, die ist weggeflogen! Ja, hättest du doch mal nicht so viel Zeit gelassen! Jetzt hab ich die Waffe nicht und du auch nicht! Aber ich hab ne... Ich hab noch hier so ne Raketen! Lauf durch! Nein, Spasti! Verspern mich den Weg! Aua! Mach den Raketen Dings auf ihn! Füll dir da... Muni! Ach! Ich hab keine Waffe! Stimmt! Dann beschützt mich mal, während ich mehr Muni hole! Okay! Und auch nicht! Heil mich! Schnell! Geht nicht! Haha! Ich mach noch Spaß! Neuer Plan! Haha! Der Plan wäre dieses Mal die Waffe aufzunehmen! Haha! Das ist ein doofer Plan! Was daran gefällt dir denn nicht? Das Aufheben! Ich muss mich bücken! Haha! Ist veranstrengend, ne? Ja! Haha! Wie war das gestern mit den... Haha! Äh! Äh! Ich hab's vergessen! Haha! Mit den Selbstmordattentätern da! Amokläufern! Amokläufern! Genau! Tja! Was nehme ich denn? Der wird hier! Bist fertig? Ja! Da hast du übrigens noch ein extra! Auf Mausrad schießt du Granaten! Oh! Hohohoho. Ey, warum laufe ich denn jedes Mal heim? Ich habe doch gesagt, du brauchst nur springen. Dann treffen dich die Kriecher nicht. Das war jetzt schon besser.